Hier ist der Elektron Rammstein-Fan In seinem Karavan, ist der Future Man Die saugen mich ein Verdammt, ich kann ja nicht ausweichen Ey, ey, das ist fies Die können mich einsaugen Dann kann ich nichts mehr machen Und, haha, leck mich Okay Wow Ey, komm, lass mich in Ruhe Okay Gut, ich bin jetzt übelst konzentriert Ja, Pockchop Was ist das da unten? Sieht aus, als ob man da versinken könnte Auch wenn es so schön glitzert Okay Nicht da rein Ist bestimmt nicht gerade gesund da unten zu landen Auch wenn es so schön glitzert Das ist echt ein schöner Widerspruch an sich Für die paar Herzen Das ist ein Pockchop Hundertprozentig Nein, ist er nicht? Okay, dann, weg hier Juhu Okay Was soll ich überhaupt da lang? Ja Okay Nein Ach, scheiße Da muss man rüber Was soll denn das? Das Loch nervt Das fällt mich einfach auf Das ist voll gemein Na, 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 na Da, schweller Ich kann ja nicht durch Das ist doof Jetzt kann ich mich nicht bewegen Das war jetzt irgendwo für ein Vorteil Was habe ich für einen Grund Da runter zu gehen zu diesem Sarg? Was ist der Grund? Ich meine Der 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 Schmeißt mich runter Das ist dumm Ey, ist da ein Pockchop, oder? Ja, geil Brrps So, weiter Und Der hat Der hat mal Kollegen Geld Money, money, money Äh, ja, genau Scheiß Wallhacker Boyo Ne, der Aimbot Hab dich Auf jeden Fall ein Sheetskelett Da, 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 da Ey, hier sind übelst viele Verfickte Kerz, ich komme jetzt nicht mehr runter Weil ich sonst gestorben wäre Ja, das ist ein klein bisschen doof In dem Spiel Boah Immer zu 500 Punkte Ja, nee Ganz sicher nicht Na, 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 na Na, na, na Ha, was geht denn ab? Ey Das ist eine richtige Schatzkammer hier Interessiert mich aber nicht wirklich Weil es nur Punkte sind Punkte sind nicht wichtig Im Videospielen Im Videospielen ist es wichtig Dass man es durch hat Naja, im Pac-Man und so Ist es wichtig Aber nicht in solchen So Da, 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 da Ah, warte mal Ich habe ja noch eine Axt Okay, das ist doof Das dauert zu lang Boah, haha, geschafft Da, 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 da Boah, das hole ich mir noch ein bisschen Juhu Nicht zu weit runter Okay Gut Scheiße 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 Okay Zack Und war ja nach oben Juhu Was ist das Entgegner hier? Ein großes Juwel? Oho, oho Die haben auch einen Whip Jetzt habe ich aber Angst Vor allem, weil ich mich ducken muss Oh, die können mich nicht treffen Ja Moment Okay, geht weiter Kurz eine SMS bekommen Okay, dich kennen wir natürlich so Und ein großes Herz und schließt nicht mehr Was soll's La, da, 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 da Egal, ich habe einen Pogchop bekommen Oh, ich habe fast volle Energie und er hat eine Erkene bekommen Okay Der hat weitaus nicht so eine geile Musik Oha Ja, ich hatte gar nicht was weiß ich mit den Juwelen Ey, nein! Wer kann mich so treffen? Oh, wie unfair. Oh, wie unfair. Der kackt Gold auf mich. Oh, ich muss übrigens aufpassen. Oh, ich muss übrigens aufpassen bei dem. Wow. Okay, doof. Das ist ein doofer Entgegner. Der feuert sehr viel Strategie. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Aber ich habe noch ein paar Äxte. Okay, durch, 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 durch. Nein. Ah, verdammt. Verdammt. Ich darf nicht so in der Nähe sein. Von dem Vieh. Oh Mann, ey. Das ist ein doofer Entgegner. Oh, oh. Oh, was kommt jetzt? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hoffe, einer von den... Äh, die verrecken dann nacheinander. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Verschwindet. Ich will nicht, dass sie mich jetzt noch tötet. Ich hab mich fast... Ihr scheißt Gold auf mich. Was geht denn ab? Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Oh, danke. Danke, danke, danke. Nee, nee. Nein, nein, wirklich nicht. Oh, Mann, ey. Hm, wir mal. Okay. Oh, nö, ich hab da. Oh, scheiße. Nein. Okay. Okay, doof Idee, jetzt so gut zu essen. Ach so, so Gummiewürmer natürlich. Okay. Komm, Kumpel. Ey, das ist ein Kack-Entgegner. Ein richtiger Kack-Entgegner. Wo ist denn jetzt mein Whip hin? Da ist es. Okay. Blöd. Ich brauch da echt die Axt bei dem Vieh. Und Jump. Ja, gut. Okay. Ihr trefft mich diesmal nicht. Ihr scheiß Cheater. Haha, siehst du? Da brauch ich eigentlich gar keine Kerze hier aufzumachen. Weil hier eh nur Punkte drin sind. Von daher leckt mich. Ich hab keinen Bock jetzt auf Punkte. Ich geh mal den Weg, wenn ich da mal hochkommen würde. La-da-da-da-da-da-da-da. Das war der schwierige Weg. Hast du gut gemacht, Daniel. Oh, Mann, oh, Mann. Noch einmal verreckt mich. Ich darf das ganze Scheiß-Level nochmal von vorne. Fuck. Das war schon mal ein guter Anfang. Okay. Wünscht mir jetzt Glück. Sehr viel Glück. Puh. Ich bin nicht mal das ganze Level hier von vorne. Jetzt hör auf, wie einzusaugen. Scheiße. Oh, wenn ich nur ein paar Punkte sammle, krieg ich wieder ein Leben dazu. Das heißt, ich werde oben mal ein paar Punkte sammeln. Nicht mehr sehr viele. Da hab ich wieder ein Leben. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Das ist eine geile Idee. Boah, nicht so tief. Noch 800 Punkte. Haha, dann krieg ich wieder ein Leben. Und? Ja, geil. Nein, ich hab kein Neues. Wieso hab ich kein Neues? Mann, ich hab glaub, bei 20.000 krieg ich mal ein Neues. Was ist denn das für eine Scheiß-Logik? Ich geh mal den anderen Weg. Der andere Weg ist sicher. So. Was ist denn das für eine Kack-Logik? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Ach, scheiße, ey. Das ist so ein richtiger Kack-Endgegner. Ja, jetzt! Ja! Hä? Jetzt plötzlich bei 70.000? Was ist denn los? Egal, auf jeden Fall noch ein Leben. Okay, ich sammle trotzdem die Punkte. Ist mir egal, ich brauch Leben. Ich brauch echt Leben bei dem Endgegner noch. Falls ich jetzt nochmal draufgeben von Anfang an machen muss. Dumm. Dumm. Unverteilhaft. Hatte ich damals nicht schon die Axt? Damals vor ein paar Minuten? Shit. Ah ja, nice. Nice. Und der wirft mich. Haha, der traut sich nicht. Dumm Beutel. Okay. Hoch. Hoch. Ach, der hat... Oh, gut. Ich bin nach rechts geflogen. Ein Glück. Ein Porkchop. Und der Boss kommt, oder? Ja, das ist doch der Boss gleich hier. Oder? Oder? Ich täusche mich da. Nein? Okay. Gut, dann... Mach ich bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. The Game has gone. The Game has gone.